Kaffee Leisinger, das süße Juwel von Schwetzingen. Ihre Bäckerei und Konditorei in Schwetzingen und Plankstadt. Untertitelung des ZDF, 2020 Stefan Lehwald, unser Eiskünstler, hat schon seit dem Mittag zwei schöne Skulpturen geschaffen. Der Engel im Hintergrund ist fertig und naja, der ist schon fast wieder ein bisschen eingeschmolzen. Aber hier unser Rentier, unser Rudolf, den hat er jetzt noch in der Mache und er muss sich auch ein bisschen beeilen, weil um 17.30 Uhr soll dann hier diese Feuershow passieren und da sind zwei junge Damen, die werden das ganze Ding wunderschön begleiten und einen Feuerzauber machen und dann werden im Rahmen dieser Feuershow diese beiden Skulpturen eingeschmolzen und sind dann verschwunden. Auf alle Fälle ein wunderschönes Event. Freuen Sie sich auf diesen Feuerzauber mit den Eisskulpturen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020